Hallo und herzlich willkommen auf der Alpental-Map zusammen mit dem Freddy im Forst. Jo, hallo. Und neuer Anhänger für den Freddy, beziehungsweise auch für mich, wir packen ihn ja mal wieder zusammen voll. Ich will noch ein Buffalo. Ja, da stehen schon wieder zwei. Wobei wir die am Ende auch entweder alle umladen oder wir häckseln nochmal. Ich würde die gerne alle weg häckseln. Wäre auch nochmal eine Aktion, ne? Mhm. Weil die alle wegbringen. Oh, nee. Hehehe. Obwohl, wir haben oben jetzt schon vier Rungen auf Liga stehen, voll mit Holz. Viere sind es schon. Ja, und das nur seit, ich weiß nicht, seit 10 Folgen, 15 Folgen höchstens. Wir machen das ja noch nicht so lange oben mit dem Sägewerk. Hm. Genauso viele Buffaloes sind es, glaube ich, schon. Ja, vier. Ja, vier. Ich muss mal gucken, ich habe die so schön in Reihe aufgestellt. Das gefällt mir hier. Das stimmt natürlich hier. Richtige Buffalo Armee. Und der fünfte ist unterwegs und der sechste kommt bald. Ja, jo. Relativ geil. Produktiv, produktiv, produktiv. Erstmal ein bisschen Holz zusammenfahren. Bisschen Money machen. Mit einem Radlader kann man erstmal immer ganz gut die Meter wegschaffen. Und danach gucken wir mal, was so mit einem Buffalo noch über ist. Jo, du machst ja die Medas und ich mache Buffalo. Ich räume dir das Zeug quasi hinterher. Alles, was der Radlader nicht so mag an Holz. Hm, das war so durch die Kante fliegt. Macht's ja doch ganz gerne mal. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also manchmal wünsche ich mir auch so eine Mischung aus LS13 und LS15, was den Forst angeht, wenn es um Geräte geht. Weil, ich würde es auch feiern, wenn die LS, das haben, hat BM-Modding doch eigentlich sogar beim Forst-Mod angekündigt, wenn ich mich nicht täusche. Ganz am Ende, als LS15 rauskam, also beim Wechsel. Dass die gesagt haben, wir konvertieren die Forst-Mod-Geräte für den Forst in LS17. Ach so? Ich meine schon. Wobei sie ja auch eigentlich früher immer noch vorhat, eine feine Version vom Forst-Mod zu bringen. Wäre geil, ein WF-Truck und so, das wäre schon. Ja, dann kannst du halt kleine Landwirtschaft, äh, Forstwirtschaft machen. Weil im Moment eigentlich Forstwirtschaft vom Spiel her funktionieren, so ohne große Fehler und so weiter, kannst du das nur so machen, wie wir es machen. Sprich, richtig groß. Und das ist halt so eine Sache, da musst du gleich wieder ein paar hunderttausend investieren. Und das machst du im normalen Spiel, glaube ich, nicht so leichtfertig. Klar, im normalen Spiel kriegst du auch einfach viel zu viel Geld für das Forstzeug. Deswegen bist du auch relativ schnell oben und es gibt halt auch nichts dazwischen. Es gibt eine Kettensähe, wo du stehst. Ich erinnere nur daran, wir brauchten auf Björnholm Geld. Was haben wir gemacht? Ganz am Anfang, da war es uns auch ein bisschen egal, weil wir einfach nur große Sachen haben wollten. Wollen wir reinschieben? Was haben wir gemacht in einer Stunde, äh, in einem Part, glaube ich? 200.000 oder so? Die übrigen, die habe ich aber auch gemacht. Hat sogar Spaß gemacht. Ja, die ersten paar Stämme sind ganz witzig, ne? Aber irgendwann denkt man sich auch, bist du bekloppt? Vor allem so einfach so einen Baum reinschieben mit einem Trecker und einem Gewicht vorne dran. Wieso? Vor allem dafür hat man ja Geld gekriegt. Ja. Ich meine, hätte man den zumindest klein schneiden müssen, okay. Aber dann noch so Tausender, das war doch pervers. Eigentlich hätte man dann noch acht Neuntel dafür abgezogen kriegen müssen, Dingsen, dass Reparaturkosten am Trecker. Ja, oder allein schon, was weiß ich, Schneidekosten fürs Holz oder sowas. Höhere Verarbeitungskosten. Ja, dass es so eine Art Steuer gibt, für, dass man Frust haben darf. Ja, oder halt Pachten, die auf anderen Maps. Das wäre auch wieder geil. Ja, Pachten, die Möglichkeit zwischen Pachten, ähm, Kaufen mit Steuer halt. Also Pachten ohne Steuer, Pachten mit Steuer oder Kaufen mit Steuer. Wäre halt noch ganz cool. Ja, ja, was wäre nicht alles cool, was hätten wir nicht alles gerne und was bekommen wir nicht. Das stimmt. Allein dynamischer Boden, ne, wie lange da schon drüber geredet wird. Mittlerweile, ich war immer so, ja, ja, lass den LS lieber so wie er ist, Hauptsache der funktioniert. Und der dynamische Boden wird sicher tausende Fehler neu reinbringen. Ja. Aber mittlerweile finde ich auch, also es muss kein Spin-Tires-Boden sein. Aber so langsam können sie mal darüber nachdenken, dass man ein bisschen beim Pflügen oder so zumindest in die Rille eindringt und so, wie das schon seit zwei, drei Jahren bei Mods ist. Also zumindest sowas. Es muss ja jetzt wirklich nicht, nicht Matsche sein ohne Ende mit Festfahren, aber so, dass du das Gefühl hast, wenn du auf dem Feld bist, da tut sich jetzt was am Boden, dass der weich ist. Ja, wäre schon richtig. Gut. Oder von mir aus auch nur bei Regen oder so, dass dann der Reizen einfach zehn Zentimeter eindringt. Ja, dass ich sowas in Pfützen sammle. Dass ich was in Pfützen sammle und unter diesen Pfützen wird der Boden halt nass. Hatte das nicht die Holzhausen-Map, die im 13er? Wenn's gerechnet hat, wurden da, sind da Pfützen auf der Straße oder auf dem Hof, glaub ich, entstanden. Gab eine Map, da konnte man sich festfahren, im 13er, aber die gibt's leider nicht im 15er. Ich weiß nicht, wie die hieß. Im Endeffekt ist das ja immer so gelöst, du hast einen extrem unebenen Untergrund und legst einfach so eine Matschplane drüber. Nee, nee, da konnte man sich richtig, da kam man nicht mehr raus, auch wenn der Boden drunter fest war. Aber da kamst du nicht mehr raus, ohne dass du dich mit der Abschleppkette rausziehen musstest. Also das war irgendwie echter Matsch. Irgendwie. Und die Frage ist halt, wie. Oh. Sonst würde ich ja nicht sagen, irgendwie. Na, war ein Quatsch. Doch, können wir doch beide gut. Das wär echt cool, wenn irgendwie sowas realisierbar wär. Ja, es gibt so viele geile Sachen, die man... Also, allein Weinbau, muss ich sagen, hätte ich auch mega Lust drauf. Auch dieses Thema, eine französische Map, was weiß ich, mit so hängen, fände ich auch mal geil. Mhm. Und da hättest du halt auch echt was, was sich gut auf dem Cover für ein neues Spiel anbieten würde, glaube ich. Ja, das Problem ist, also, sicherlich gibt's in Frankreich auch eine große Landwirtschaft mit großen Feldern, aber sicherlich nicht in der Weinbau-Gegend. Und du kannst ja schlecht auf einer Map, Standardgröße kannst du ja sicherlich schlecht Weinbau und Dienst. Im Endeffekt sind die Maps ja eh mal doch noch relativ fantasiemäßig. Also ich glaub schon, dass wir das machen würden. Also, was weiß ich, so wie bei Landwehrkanal ist es ja auch ganz extrem auffällig. Du hast im oberen Bereich diese Alpenfelder mehr oder weniger, die richtigen Bergfelder, uneben, Hänge, Steigung, klein, rund und unten hast du dann im Bereich vom Lohnunternehmen so riesige 5, 6, 7 Hektar Schläge, die viereckig sind. Hm, das stimmt. Also, das kann man ja doch irgendwie schon hinbasteln, dass es passt. Ja, dann muss man schon, wie als Hit, gut vertacken, dass es nicht so auffällt. Man muss es können, ja. Ja, man muss es einfach können. Und das kann halt doch nicht jeder. Mhm. Wäre ein bisschen komisch. Ich freue mich irgendwie auf die Landwehr im 15er, aber irgendwie auch gar nicht doch so sehr. Muss ich mich ehrlich outen. Das hat nicht so sehr damit zu tun. Ja, das auf jeden Fall, aber das Problem ist, dass ich die schon im 13er gespielt habe. Das stimmt. Ja gut, ich habe die nicht so viel gespielt, weil ich 13er erstens nicht so viel gespielt habe, außer wo ich dann zu dir kam und das war halt vor Ende der Landwehrkanal, also konnte ich die so viel spielen. Ja. Und im Singleplayer habe ich die zwar auch gespielt, aber halt nicht so viel und deswegen habe ich sie halt noch nicht satt gespielt, wie du die Two Rivers im 13er. Nexon und Folgen, wobei satt gespielt, kann man eigentlich sagen. Das ist ja immer noch eine geile Map und der Spielstand wäre geil und man hätte sicherlich immer noch Bock drauf zu spielen. Ja, man könnte halt immer noch was machen. Theoretisch, wie gesagt, ich habe ja alles noch bereit. Ich könnte, wenn ich morgen Bock hätte, wirklich so richtig Bock auf LS 13 Uhr was, könnte ich sagen, innerhalb von fünf Minuten, ich nehme jetzt auf und am nächsten Tag kommt Folge 601. Ja, wäre schon geil. Muss man schon sagen. Hat Gronkh eigentlich in der letzten Minecraft-Folge gesagt, dass er aufhört mit Minecraft? Ich glaube nicht, ne? Boah, ich bin gar nicht gefragt. Ich weiß auch nicht. In der Folge 1200 irgendwas. Ich glaube, dann kam auf einmal einfach nichts mehr. Und dann hat er dazu irgendwann mal ein paar Monate später was gesagt. Ne, der hat auch Inge gemacht. Hier im Stream hat er nochmal reingeguckt, oder? Ja, im Stream hat er sowieso nochmal. Da hat er auch Let's Show und so. Boah, Let's Show Welt, ey. Das war auch... Schade, dass er die nicht ganz voll gemacht hat. Ja, wobei ich kann es mittlerweile auch... Also ich kann es voll nachvollziehen. Allein schon, äh, ich sag mal, zu der Zeit, wo das war, als er aufgehört hat, das zu machen, hat er so angefangen, YouTube ein bisschen beruflicher zu machen, beziehungsweise... Und dann hast du halt einfach nicht so, wie, was weiß ich, du hast wieso nicht so viel Arbeit und, äh, hast viel Zeit. Dann kannst du halt zehn Stunden am Tag Minecraft spielen und Welten bauen. Aber, das kannst du halt sonst nicht. Und, was weiß ich, allein in dem, was er in den letzten Folgen gezeigt hat, stecken wahrscheinlich, also in den Livestream-Sachen, stecken wahrscheinlich zwei, dreihundert Spielstunden Minecraft. Ja, also was der gemacht hat, das ganze Meer darüber bauen, mit dem Hügel. Ja. Und vor allem den Hügel dann auch noch so zu bauen, dass er realistisch aussieht, also wie es den Weg weiter macht, wie viel Zeit und Langeweile hatte er da, weil, wirklich, ohne Witz, Zeit kann man vielleicht noch einrichten. Und allein die Ideen, Folge 300 Minecraft, dass er da diesen Switch gemacht hat, übers Neta-Portal in die Let's-Show-Welt. Ja, aber das mal, das mal, also Zeit könnte man doch irgendwie einrichten, aber irgendwie auch die Lust, mir würde irgendwann die Lust fehlen, ein ganzes Meer mit Erde zu überbauen. Ich hab da auch manchmal früher Bock drauf gehabt. Ich hab echt große Sachen gebaut. Ich hab ja immer erzählt, ich hab so eine Art Dom nachgebaut, der war irgendwie 125 mal 60 oder 70 Blöcke, Grundform, und Dach war halt Baubegrenzung, ne? Und die Haupthalle in der Mitte war so groß, dass wenn du beim Dachdecken da runtergefallen bist, das waren also mindestens so, also die Spitze vom Dach waren so circa 100 Blöcke, würde ich schätzen. Du hast einfach teilweise, wenn du Nebel anhattest, beziehungsweise Wolken anhattest, hattest du in der Kirche an der Decke Nebel, äh, Wolken. Hattest du ein Überleben gemacht, oder was? Im Survival, ja. Den Dom im Survival gebaut? Ja, ja. Alles klar. Und weißt du, was ich auch gemacht hab? Das Ding unterkellert. Mit einem 5-Blöcke-tiefen Keller. Mit einer Grundform von 125 mal 60 Blöcken oder sowas. Also ein richtig massiver Keller. Und das auf drei Ebenen, weil da sollte eine Monsterfalle rein. Ich glaube, ich hab allein an diesen Ausheben so ungefähr 50 Spielstunden gesessen. Aus Gottes? Ne. Manchmal dir... Manchmal dir ansonsten, äh, Stein... Meistens... Für die Dinger hab ich tatsächlich Steinspitzhacken teilweise genommen, weil das war noch in der Minecraft Alpha und Eisen war zu teuer. Teuer? Das findet man doch... In letzter Zeit findet man doch... Ja, in letzter Zeit, beziehungsweise in den letzten 1-2 Jahren. Aber in der Alpha bist du 3-4 Stunden in der Höhle gewesen und hast am Ende 10, 20, 30 Eisen gehabt. Da war ein Stack Kohle noch geil. Drei Diamanten nach mehreren Stunden in der Höhle war auch geil. Du hast ja... Bei Gronkh hast du ja auch den Anfang gesehen. Da freut man sich ja auch noch über drei Blöcke Eisen. Na, über drei Blöcke Eisen würde ich mich so auch noch freuen. Äh, Blöcke. Äh, ich mein Barren. Also normale Dinge halt. Meine 27 Eisen kann man schon eine ganze Rüstung. Ich glaub 22 Eisen oder so brauchen wir für eine Rüstung. Oder ne, es waren wenige. Oder sogar mehr. Allein der Brustpanzer hat doch schon... Oder 26. Warte mal 8. Äh, das sind 15. Aber ich war wieso nie der Rüstungstyp? Ich hab eigentlich immer nur im Survival gebaut. Das war für mich Minecraft. Creative war zu langweilig. Ja, 24. Und vor allen Dingen, was ja auch heftig war, wenn du so Bauprojekte hattest. Das Bauprojekt an sich war vielleicht schon heftig, aber allein um so einen Hilfsrahmen zu haben, dass man überall dran kam, nochmal ein Erdegerüst um das ganze Ding gezogen, ne? Ja, hab ich auch immer gemacht. Dadurch teilweise die Wände in der Kirche waren teilweise drei oder vier Blöcke dicht. Äh, genau, die waren dicht. Äh, die waren so dick und hatten Gänge da drin, nur damit ich an bestimmte Stellen auf dem Dach oder so später besser rankam. Da drin waren Treppen und so, das war... Ich vermisse echt diese Welt. Das hatte ich noch auf meinem alten Laptop. Und das Problem war, dass ich... Dass irgendwann die Festplatte ziemlich im Arsch war und ich mir einfach gesagt hab, gut, baust du die alte SSD aus deinem Rechner da ein und machst Linux drauf. Gut. Äh, ja. Da ich da ein paar Monate oder einen Monat oder so nicht mehr auf der Welt gespielt hab, war mir die Welt auf einmal ziemlich egal. Was ich im Nachhinein ziemlich bereue. Mh. Boah, und dann unten den Lava-Häxler rein von Grants Let's Play, ne? Bei dem vier Spawning Grounds. Mh. Boah, das war echt ne geile Zeit. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hab... Ich hab, glaub ich, drei oder viermal so ein Ding dann nochmal gebaut, aber ich bin nie weiter als bis zur Hälfte oder so gekommen. Weil, weiß nicht, also Minecraft ist für mich einfach irgendwann durch gewesen. Das hätte ich früher nie gedacht, weil ich das halt wirklich zwei, drei Jahre lang echt viel gespielt hab. Aber irgendwann war einfach so komplett die Luft weg und das war eigentlich ziemlich auf einmal. Das war eigentlich, ähm, als ich aufgehört hab, mit Chewie das Together zu machen. Und das ist schon ewig her. Also so Anfang LS13, würde ich sagen. Da ging bei mir auf einmal extrem die Minecraft-Lust weg. Kannst du draufhauen? Ja, Problem ist das draufkriegen. Hey, hey. Hm. Kennt man. Gut gekontert. So. Aber irgendwas stimmt heute nicht, hab ich das eigentlich schon erzählt? Nee. Wir sind wieder in unserem eigenen Raum Zeit-Kontinuum. Denn diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Und wir kommen jetzt so vor, als hätten wir nur zwei, drei Sachen über Minecraft geredet. Hä, haben wir nicht fünf nach halb angefangen? Jetzt ist es drei Viertel. Na, wir haben um halb angefangen. Wie geht das? Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, eigenes Zeit-Kontinuum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau, Leute. Tschüss.